hey leute und willkommen auf meinem kanal und zwar ich möchte euch heute die ein party popper von keller aus dem kick vorstellen die gibt es im kick für 1 euro kann man hier oben sehen ja dann testen wir es einfach mal wir testen einen normalen mit füllung und dann testen wir einfach mal einen ohne füllung so wie ich in den anderen video schon gemacht habe halt so ein bisschen getünt also lauter gemacht hat ja machen wir erst mal einige mit füllung hat man hat man gesehen haben ganz normales konfetti rausgeschossen qualmt hier noch schön auf jeden fall ja alles fett drin ja hier kann man hier sehen ist alles hier schnipsel was da rauskommt ja und jetzt machen wir noch einen getünten dann nehmen wir einfach meinen blauen so sieht der blau aus dann machen wir einfach mal dieses konfetti raus so die karte noch raus dann testen wir dem ja der hat schon hat schön geknallt ja also also mein zimmer hört er sich so an wie so ein kleiner mini knaller halt ja halt bloß noch ein bisschen heller heller knallt ja ja leute das war es mit meinem video und bis bald